Hi Leute, ich bin Lennart, oder hier auf YouTube Vampire bzw. Vampire Plays. Ich bin seit 2013 auf YouTube unterwegs und mache größtenteils Vlogs. Aber auch Reviews und Videotipps und Tricks wirst du auf meinem Kanal finden. Musik 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 Und wenn du jetzt Gefallen daran gefunden hast, was ich hier auf dem Kanal mache, dann kannst du mich gerne abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.